3 2 2 1 2 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 Und ja, dem Wunsch geben wir uns nach. Wir probieren mal EFT aus. Mit wem meines Sven und ich. Wir spielen hier jetzt auf der wunderbaren Autobahnkreuzung. Die für Anfänger ungeeignet ist, aber mir das erst klar wurde, als die ausgewählt haben wir Sven. Guck mal, das ist ein Zelt. Wo bist du? Was da? Ich dachte... Der Instant verloren nach eine Minute. Ich muss gleich noch die Mausempfindlichkeit runterstellen. Ich war da noch zu sehen. Ahhhh Ahhhh Lässt du, ich hab mich Instant umgedreht. Ah, schon krass laut, ne? Ja. Kann man doch, ne. Ich muss auf jeden Fall die Mausempfindlichkeit gleich, ich würd's dann runterschrauben. Das wird sonst nichts. Instant hier wird im Spiel abgeschlossen. Mit dem Leben. Hä? Achso. Diese Tür ist Vorteil. Kann nicht funktionieren, ne Drehtür. Sven ist überfordert. Okay, hoch gehen oder nach rechts? Ich würd's sagen nach oben, oder? Alles klar. Ja. Jetzt hat er in 3, 2, 1... Ah ne, noch nicht. Guck mal... Gott ist das offen. Gefällt mir gar nicht. Also sieht mir aus aus von N. Ja. Krass, ich war noch nie in Ikea drin. aber idea da warst du ja guck euch wer ist kassierer geht um leben und tods mensch wer ist kassierer hier ist nichts ich habe so angst von einem header oh guck mal unten links steht verletzt ja es ist rewinter geht um leben und tods mensch wer ist kassierer alles verschwommen tut mir leid rechts von uns sind spieler rechts von uns ja ich kann nicht er da weiß ich ja Ist das denn quasi ein Name oder einfach so ein Benutzernamen? Doppelname also? Also ganz normal Vor- und Nachname quasi? Ja. Oder dann Skeff. Ne PC. Er hat mich eben Brustkorb erwischt. Oh man! Ja jetzt werde ich da. Bei mir ist jemand? Löst du gerade? Ne. Du löst dich? Nein. Leute. Komplett verfehlt. Bist du gerade in einem Haus oder was machst du gerade? Ich stehe doch am Spawn. Ja wo bist du denn gespawnt? Ja in so eine Baubude irgendwie so. Also bist du so ein Ghetto-Häuschen oder wo bist du? Auf einer Autobahn, so wie es aussieht. Okay, bei mir... Ah okay. Bei mir ist direkt nämlich ein Gäff gewesen. Ich habe direkt Panik auch gekriegt. Ich stehe jetzt draußen von... Da wo mir jetzt auch einer? Naja. Guck mal hier. Hier ist ein weißer Bus. Still neben dem weißen Bus. Ne aber hier ist keine Kreuzung. Da ist doch einer. Wieso bin ich tot? Wieso bin ich tot? Okay, dann war er dann ein Spieler. Bei dir. Aber ist schon krass. Das was mein Netz gab, nicht weiß. Was ist das jetzt? Ich habe bei mir ein Spieler. Vor allem, da habe ich durch Stoff angeguckt, ne? Da gucke ich mich an, ich bin nicht auf dem Zugriff auf. Das war gut. Ja, easy. Fussblatt. Oh, hi. So. Ist das Skit oder nicht? Oh, ich habe zwei erschossen. Nachmittag habe ich noch eine erschossen. Ich habe es gekillt. Alles klar, hier sind alle Männer für mich. Okay. Okay, cool. Na? Na? Und noch reingekillt. Alter. Ich höchst das Mausscheid. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, was hier machen. Mit öffnet man Sachen. Okay. Der Autotöcklische, was dann gemacht wird. So würde ich auch machen. Ich kehre einfach gerade alles, was ich sehe. Unter Rucksack gefällt mir. Na gut Rucksack, wenn ich das überleben ist gut. ja ich habe 30 gekillt ich dachte der spieler war nur eine pistole hatte ja wo bist du direkt neben dir sehr gut da sieht es besser aus also in die alte richtung hier ist super offen das finde ich doch toll alter heftigen sonnenuntergang hart und weil es krass da hat er verstanden was vor allem hier ist es auch unten okay Warte. Okay. Alles klar. Das dunkle Raum gefällt mir. Ah, okay, man kann auch lehnen. Nein, was mach ich denn? Sven ist tot. Scheiße, ich hab mal ganz beziehen gewählt. Nein Sven. Ich such grad ne Kiste, du weißt Bescheid. Wie durchsuche ich? Mit F. Ah, okay. Was hab ich da denn? Was denn das? Ist das eine Pistole? Ich hab ihn wie? Nee, kann ich das irgendwie. Eine Schulterstütze. Ah, ist mit ihm. Kann man das irgendwie erkunden oder? Ja, du musst so rechnen, wenn das unbekannt ist. Rechtsklick und dann untersuchen. Ah, so. Ich hab Ananas, Sven. Und so Probleme sind gerettet. Geil. Alles was wir für Probleme haben ist vorbei. Okay, Ananas auch. Ich hab Drähte. Und Medizin. Alles mitnehmen. Geht hier noch vor. Das hab ich dir. Untersuchen. Den Schlauch. Ne, ne. Ich hab, ich hab eine Spirale gefunden. Krasser Scheiß. Ja, geil. Wenn du eh hältst, dann kannst du auch hier nach rechts legen. Weißt du? Okay. Und mit Kuh nach links. Was? Alter. Will jetzt nicht rausgehen, ne? Ich auch nicht. Was mach ich denn jetzt schon? Ah, geil. Auf jeden Fall rechts von uns. Alles klar. Ich bin schnell raus. Ich bin direkt hinten. Ist quasi an der Wand. Dahinter. An der Wand lang? Ja, also du rausrennen und dann quasi Treppenrichtung. Ja, aber hier bin ich richtig. Okay. So. Jetzt hab ich Verbindung verloren. Also du bist rausgeflogen jetzt? Ja. Okay. Ich lebe da noch. Aber ich seh einfach mal gar nichts. Ich hab auch gar nichts mehr gesehen. Da war ja komplett nacht. Ich bin sofort wieder da. Ja. Bei mir ist so richtig Blut. Hier so richtig so blutmondmäßig unterwegs bin ich hier. Alter, jetzt muss ich hier gegen jemanden kämpfen und Yannick ist nicht dabei. Oh, ich seh einfach scheißig. Wo ist der Typ denn jetzt? Als ob! Also ich hätte ihn jetzt doch so oft getroffen. Als ob ich jetzt tot bin. Als ob, ey. Das ist doch Schwachsinn, ist das doch. Das ist ja echt krank, ist das doch. Mit der Pistole kann man ja gar nichts reißen. Ehrlich? Bist du auch da, oder? Bist du komplett weg? So ne Scheiße, ey. So ne Kacke. So ne Scheiße, ey. So ne Kacke. Klar Punk! Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.